Hallo Leute! Heute gibt es eine weitere Böller-Neuheit und zwar von Pyroland Böller D, Böller Deinen Namen. Da machen wir jetzt ein schönes Böller-Voodoo und zwar zum Beispiel der Böller-Buddy, der Konstantin. Dann haben wir hier den Ingo, wir haben hier auch noch Tobias, also die verschiedensten Namen sind hier mit drin. Dann machen wir jetzt mal ein schönes Böller-Voodoo. Die Wurli! Dottos! Josef, der heilige Josef ist auch mit dabei. Wo sind die Frauen? Ja genau, wo sind die Frauen hier? Ja genau, wo sind die Frauen? Zum Schluss haben wir jetzt hier noch den Beschützer, das war ein ziemlich komischer Name, aber die Chinesen wieder. Die armen Tiere. Die armen Tiere.